So, das ist es nun, der erste Video-Podcast für meine MySpace-Seite. Ich habe mir was Wunderbares überlegt. Ich werde euch jetzt immer auf dem Laufenden halten und mal von Booking zu Booking alle paar Wochen eine schöne Video-Session auf die Seite stellen und in 5-6 Minuten das Beste zusammenfassen von dem, was mit mir passiert ist. Und ja, vielleicht habt ihr Interesse daran, einfach mal immer mal wieder reinschauen. Ich denke, da wird viel Lustiges passieren. Ich denke, da wird viel Lustiges passieren. So, wir sind da. Ja, wir sind jetzt im Go-Park und ich erwarte mir jetzt eine wunderschöne, richtig geile, abgehende Party. Mal starten. Mal starten. Musik 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 All right, check this out. Let's do this. 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 Let's do this.